Verlosung, Verlosung! Heute könnt ihr was bei uns gewinnen, nämlich das Spiel X nimmt. Wir selbst haben es ja auch bei einem Turnier gewonnen, deswegen wollten wir euch die Chance geben, dieses Spiel auch zu gewinnen. Ja, das Einzige, was wir dafür machen müssen, ist unter diesem Video einen Kommentar da lassen. Und wir müssen auch nochmal erwähnen, es steht natürlich in keiner Verbindung mit YouTube, es ist einfach nur ein Spiel von uns für euch. Ihr habt dazu bis zum 31.08.23.59 Zeit. Und alles Nähere steht aber auch nochmal in der Beschreibung, sprich alles, was an Teilnahmebedingungen ist, alles, was daran irgendwie geknüpft ist, könnt ihr alles nochmal nachlesen, müsst ihr alles nochmal nachlesen und solltet ihr auch, bevor ihr den Kommentar hinterlasst. Und ja, damit bleibt uns eigentlich nicht viel mehr übrig, als lest es durch, lasst einen Kommentar da und... Und dann heißt es Daumen drücken! Ja, viel Glück euch! Juhu!